Willkommen zum Training über das Engineering und Inbetriebnahme-Tool ABD-Site. In dieser Schulung behandeln wir die Themen Installation, Grundeinstellungen, Erstellen eines Projekts und projektspezifische Einstellungen. Es werden nicht die verschiedenen Aufgaben des Produkt-Engineerings behandelt. Für die spezifischen Produkte finden Sie weitere detaillierte Schulungsmodule auf unserer MyLearning-Plattform. Herunterladen und Installieren Bitte laden Sie das ABD-Site-Installationsprogramm herunter. Für externen Zugriff wenden Sie sich bitte an unsere Siemens-JOS Internetadresse. Nach dem Herunterladen, starten Sie das Installationsprogramm. Für die Installation ist ein ständiger Internetzugang erforderlich. Bitte nicht unterbrechen. Für die Projektierung und Inbetriebnahme der Siemens Desigo Primär- und Raumautomationsprodukte sowie der Desigo Control Point Geräte wählen Sie bitte die richtigen Produkte und Bibliotheken aus. Weitere Informationen finden Sie im ABD-Installer User Guide. Bevor Sie das Tool starten, können Sie bereits einige Verzeichnisse für die Projekte, Archive, Pack & Go und eventuell Firmware vorbereiten. Sie können diese auch während der Ersteinrichtung erstellen. Bitte starten Sie jetzt zum ersten Mal das ABD-Site. Erste Einstellungen Tools Akzeptieren Sie den Endnutzer-Lizenzvertrag und das Tool startet und zeigt zuerst die Online-Hilfe an. Sie können dieses Fenster vorerst schließen. Das ABD-Site-Tool wird gestartet und zeigt nun eine fast leere Seite an. Auf der linken Seite gibt es zwei Aufgaben. Projekte und Einstellungen Wir wählen zuerst die Einstellungen und im Hauptfenster erhalten wir drei Abschnitte, Benutzeroberfläche, Projekte und Pfade, sowie detaillierte Einstellungen. Stellen Sie nun in der Benutzeroberfläche Ihre bevorzugte Sprache ein und auch die vordefinierte UDP-Portnummer für Ihre Bagnet-Kommunikation. Im Abschnitt Projekte und Pfade wählen Sie nun die Standardprojekteinstellungen zu Ihren bevorzugten Systemeinheiten. HQ, SI, Europäisch oder HQ, US. Wie bereits erwähnt, können Sie im Abschnitt Projekte und Pfade die bereits definierten Verzeichnisse wählen oder diese jetzt anlegen. Die detaillierten Einstellungen sind nützlich für die schnelle Vorbelegung des PXC4 und PXC5. Erstellen eines Projekts und die Projekteinstellungen Registerkarte Projekte Nun wechseln wir zum Projekte-Tab und fügen ein neues Projekt hinzu, wählen einen Namen für Ihr Projekt und definieren ein Passwort für das Administratorkonto. Die Passwortregeln werden in der Dialogbox erwähnt. Projektspezifische Einstellungen Das Tool startet automatisch in der Registerkarte Einstellungen und dort in dem Feld Benutzerprofile. Im Abschnitt Benutzer müssen Sie die Benutzer definieren, da der Administrator obligatorisch ist und das Passwort bereits definiert wurde, können Sie wählen, welche vordefinierten Benutzer Sie in unserem Projekt einrichten möchten. Wenn Sie nicht alle vordefinierten Benutzer benötigen, können Sie Benutzer löschen, indem Sie den Knopf Entfernen in der rechten oberen Ecke anklicken. Nun legen wir das Passwort für diese beiden Benutzer fest. Die Standardeinstellungen können wir vorerst beibehalten. Der nächste Abschnitt ist die Definition der Rollen. Rollen definieren Zugriffseinstellungen zur Überwachung und Bedienung der Funktionen der Webschnittstelle. Die vordefinierten Parameter werden die meisten Ihrer Anforderungen erfüllen. Ausführlichere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Und der letzte Abschnitt sind allgemeine Einstellungen. Hier definieren Sie zusätzliche Eigenschaften des Verhaltens für den Login- und Passworteinstellungen. Nun werden wir uns noch einmal die Aufgaben auf der linken Seite ansehen und Adressvorgaben auswählen. Sie müssen diese Abschnitte entsprechend Ihrer Produkt- und Netzwerkvoraussetzungen ausfüllen. Standardeinstellungen könnten für Ihr Projekt in Ordnung sein. Feldbusse Der Abschnitt Feldbusse ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für verschiedene Feldbusse und Feldbusgeräte zu definieren. Im Moment ist sie nur für die Verwendung mit PXC4 und 5 Geräten vorgesehen. Standardbenennung Der Bereich Standardbenennung ermöglicht es Ihnen, Standardnamen und Namensregeln für Objekte zu definieren, die Sie innerhalb eines Projekts erstellen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass alle Hierarchieobjekte Räume sind, können Sie festlegen, dass jedes erstellte Hierarchieobjekt mit Raum beginnt. Eine Änderung der Regeln für Objektnamen und Gebäudelemente wirkt sich nur auf neu angelegte Objekte aus. Bestehende Objekte werden nicht umbenannt. Wir empfehlen daher, vor Beginn der Arbeit an einem Projekt, Regeln für die Objektbenennung aufzustellen. Und schließlich die Einstellungen für die Betreiberbezeichnung. Eine Betreiberbezeichnung setzt sich aus einzelnen Strukturelementen zusammen, die auf der Registerkarte Einstellungen Betreiberbezeichnung definiert werden. Der Bereich Lokalisierung ermöglicht es Ihnen, sprach- und länderspezifische Einstellungen wie die Zeitzone und das verwendete Einheitensystem zu verwalten. Der Bereich Input-Output-Zuweisungsvorlagen ermöglicht es Ihnen, Input-Output-Zuordnungen anzuzeigen und zu löschen, die in der Input-Output-Zuordnung, Detailbereich, eines Raums gespeichert wurden. Der Abschnitt Nummernbereiche ermöglicht es Ihnen, die Nummernbereiche für Raum-IDs, Zentralfunktionen und Geräteinstanznummern zu definieren, und bietet einen Überblick über die verwendeten und definierten Nummernbereiche. Raum-IDs und Zentralfunktionsnummern müssen innerhalb des Backnet-Systems eindeutig sein. RU-Zertifikate Der Bereich RU-Zertifikate ermöglicht Ihnen den Import und die Verwaltung von RU-Zertifikaten.